Der Dolch dreht die Zeit zurück. Es gibt jene, die alles dafür tun würden, um ihn zu besitzen. Beschütze den Dolch, was immer es auch kosten möge. Ist das schon alles? Vom Produzenten von Fluch der Karibik. Das ist unmöglich. Schwierig, nicht unmöglich. Prince of Persia. Ab 20. Mai im Kino.